Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Oh mein Darling Clementine. So, gucken wir mal, dass hier kein Blitzer da ist. Und dass wir jetzt noch geblitzt werden. Da müssen wir das Pferd auch mal ein bisschen sauber waren. Als nächstes will ich nämlich tatsächlich mal ganz gerne, jetzt wo wir, ähm, Landy ja so ein bisschen. Hallo? Ah. Ich glaube, hier gibt's gerade Stress. Stress. Ah. Don't you this, sonbitch. Take him out. Ah. Yeah, give it to those. Oh man. Bird got get their fill of you, Frightway. Shit, he ain't giving up. So, ich glaube, das war's. Jo, kein Problem. Dann plüllen wir nochmal schnell. Na, warum nicht? So, gönnen wir uns das ganze Zeug mal hier noch. Hat er schon geplündert? Das ist ein ordentlicher Rauschebad, der Mann. So, gucken, dass sich die Ausdauer möglichst bald mal wieder auffüllt. Ist hier mal ordentlich verzogen, Pferd. Hab ich nicht noch irgendwas da? Ja, Ausdauer-Tuniker zum Beispiel. Hier müssen wir auch einfach nochmal eine Runde rasten. Ah, ich glaube, wir sollten die auch wirklich mal noch eine Runde striegeln. Wohl, wir haben gleich Wasser, aber... Ja doch, es ist dreckig, das Viech. Entschuldigung, ich muss hier gerade mein Pferd striegeln. Das hat Vorrang. So. Ja, ja, jetzt darfst du. So. 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 Neil Driscoll, got this bridge, feller. You best clear off. I'm just looking to pass, that's all. No, no. I don't think you get it. We got this bridge. Exclusive, like. Look like this, oh God, let's go. I shouldn't think he'd be P.O. Driscoll on this patch. Hope the Undertaker's got your side. Ah, gucken wir, dass wir überleben. Nein, überleben wir nicht. Läuft der echt gerade wieder. Ja, Deckung ist, glaube ich, gar nicht verkehrt in dem Spiel. Ist hier nur leider nicht vorhanden. Hier hätten wir einfach durchreiten sollen. So, wo kommen wir denn jetzt wieder raus? Sind wir auf der anderen Seite eigentlich jetzt? Oh, können sie ein bisschen aufbauen. Nicht verkehrt. Das Ranch. Ich glaube, wir sind einfach auf der anderen Seite gespawnt. Aber mein Hut ist jetzt wieder weg. Doch, er ist so mühsam aufgesammelt. Ah, das sind ganz schöne Stücke noch. Was hat denn die da unten schon getrieben, dass sie so weit weg musste? Ach, Maika, Maika. Da war das mit dem Wasser, wo wir durch mussten, ne? Hätten wir so stricken ja auch noch sparen können. Ähm. Moment. Du bist das Pferd jetzt noch ein, fangen. Ja, ja, ist ja gut. Ah, kommen wir echt zu nix. Wir kommen heute echt zu nix. Ja, ja, jetzt warte doch einfach mal, du Pferd. Bleib doch einfach mal da. So. Pferd, beruhigen. Es läuft in diesem Spiel echt nicht so. Okay, bist du draufgegangen? Ja. Wenn ich mir das vorstelle. Nichts klappt hier auf Anhieb. Wohl doch schon, aber. Das sind die ganzen Nebendinger nicht. Na, komm. Das wird dann eine Extrafolge mit, äh. Irgendwelchem random Zeug. Jetzt hat er das Pferd wieder nicht angewählt. Also diese Steuerung ist echt alles andere als irgendwie funktional oder hilfreich. Ich möchte dieses Pferd beruhigen, wenn ich das im Blasso habe. Also macht bitte auf rechtsklick das Pferd und nicht irgendwelches andere Zeug. Ich glaube, ich schieße das Viech gleich. Mir geht das jetzt gerade ziemlich auf die Nerven. Wenn es sich einfangen lässt. Wir haben ja keine Zeit für sowas. Du machst wahrscheinlich Stress, wenn wir das erschießen, ne? Na komm, du Gaul. Jetzt müssen wir wieder auf den richtigen Weg. So. Das hat viel zu lange gedauert. Ja, das hat sich, das hat sich richtig gelohnt, hat sich das. Na, vielleicht ist ja irgendwas Sinnvolles dabei. Mal hin. Okay. Dann geht's weiter. Ich glaube, ich gehe einfach mal querfeldein. Mal gucken, vielleicht sind wir noch irgendwas unterwegs. Du auch. Diese Steuerung. Wie weit ist es denn eigentlich noch? Na, wir haben's gleich. Okay, du bist hier einfach rumreiten. Passt schon, passt schon. Pferd, bleibt einfach mal stehen. Gut, ja. Ich glaube, das wird einfach dann eine einzelne Folge mit Blödsinn auf dem Weg zur Stadt. Keine Ahnung. Ja, nicht viel passiert. Zumindest nicht viel, was funktioniert hätte. In der nächsten Folge gucken wir dann mal, was mit Micah wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao, ciao.